lampukistan gaming ist hier zwölfte episode unserer panini sammelsucht in fifa 16 ja freunde irgendwie macht es mir das ansagen dieses titels am meisten spaß und wieso kommst du mir gerade vor so wir checken noch mal ganz schnell ab 170 spieler sind wir stehen geblieben ist eine richtig coole zahl schon und heute werden wir natürlich wieder zwei packs ziehen und zwar haben wir aufzuholen in form von silberspielern das heißt wir werden zwei packs dieser 3750 münzen ziehen so gleich mal ab was da drin ist wir haben eine non-rare achten scheiße hier schön bächler ob schweiz und richtig schöner spiel haben wir cool schön 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 spieler sei schön bächler was los mit mir vom fc zürich so dann haben wir den henrik das ist diesmal ein ihre nicht wie beim letzten mal als ich fälschigerweise einen niveau als ihre ausgelegt habe freunde so und dann haben wir noch kundi 46 der kommt ja schon dicht dran sondern an unseren schlechtesten spieler wunderbar gar nicht so schlecht so den rest der moskowskis moskow witz jungen 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 rest check man mal nur schnell ab ich ihn einfach in den verein packe so und dann steigen wir gleich durch mit dem zweiten pack und da check man ab was da drin ist wir sind gespannt ich habe wieder einen non-rare als besten spieler wollt ihr mich verarschen freunde was ist das denn alter schwede du wäre es wieder so eine sudamerikaner connection hier zwei stück sind wieder am start gute pace 83 nicht schlecht bodic ok linkes mittelfeld was wo spielt er denn mit den milton keens dons okay nicht so schlecht so sehr einen kolumbianer oder ein alter schwede cash paumer was spiel was ziemlich viel spieler freunde jungen 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 j 177 spielern jetzt gelandet und die silbernen haben wir leider nur um eins verbessert auf elf ich habe mir kein gewünscht mit zwei seltene silberspieler ziehen das ist leider nicht der fall gewesen ich denke mal morgen naja was heißt morgen die tage werden wir auf jeden fall beim nächsten bei der nächsten folge wir haben wir auf jeden fall wieder ein gold pack ziehen ja seid gespannt wir sehen uns wieder im nächsten video macht's gut bis dahin ciao und bloß kein stress